Viele haben mich gefragt, wie ich den perfekten Burger mache. Ich zeige es euch. Wir brauchen auf jeden Fall Burgerbrot. Dann so ein Burger-Patty, natürlich Helal und so, ihr wisst. Dann brauchen wir Curry-Ketchup mit Erdnuss. Leute, nicht geizen, nicht geizen. Ja, das ist okay. Dann brauchen wir so ein bisschen Feta-Käse. Darf nie fehlen. Und oben machen wir diese Joppi-Soße in Schaf drauf. Ja, ungefähr. Ja, okay. Das reicht. Zitter nicht. Dann brauchen wir eine Handvoll Jalapenos, weil Gurken ist was für, ja, Kinder. Und dann kommt da so Krautsalat drauf. Dann noch ein bisschen, weil Salat ist ja gesund und so. Sieht der nicht geil aus?